Nein! Nein! Komm runter, Max! Lass uns Spaß haben! Boah! Oh mein Gott! Hey, Leute! Cremex hier! Was geht da mit Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 Hunter! Und heute müssen wir diese sechs kriminellen YouTuber fragen. Und was macht ihr denn hier, Jungs, ey? Kriminell, Schlange! Alter, Junge, die drehen ja hier völlig durch. Machen hier die Wave, Junge. Und zwar heute mit dabei der kriminelle Blackjack. Was geht? Dann ist da noch die kriminelle Ente. Was geht? Krimineller Taco-Kopf-Stanis. Dann ist da noch Russisch. Was geht ab, Mann? Alphastein, was geht? Und Amir. Ja? Ich wollte dir eine Frage stellen. Was machst du da, Amir? Max, willst du? Wollte verlieren? Ah, okay, okay, okay. Leute, lasst uns auf jeden Fall mal allen ein Like und ein Abo da. Ihr wisst, wie Hunter funktioniert. Und zwar jeder von euch darf sich jetzt drei Fahrzeuge spawnen und darf sich für eins entscheiden. Spawnt gerne jetzt alle gleichzeitig. Danach habt ihr zwei Minuten Zeit, um euch zu verstecken. Und dann werde ich euch jagen. Wenn ich euch finde, bekomme ich 1.000 Euro. Wenn ich euch nicht bekomme, dann bekommt ihr 1.000 Euro. Oh mein Gott, Fahrrad zählt. Na, weißt du was? Ich will nicht so sein. Fahrrad zählt nicht, du darfst nochmal. Ey, es sind nur Schrottautos gekumpt. Ihr habt ja voll die Müllautos. Okay, wenn ihr euch für euer Fahrzeug entschieden habt, dann dürft ihr jetzt losfahren. Let's go, versteckt euch. Ich werde jetzt zu dem Versteck fahren und dort werde ich ein Cryback zeigen, warum ich Nummer 1 Hunter-Flüchter bin. Oder was ist das denn, Leute? Bis gleich. Okay, Freunde, wir werden uns jetzt hier ganz kurz mal so hinstellen. Und dann werde ich, Leute, weil das Gute ist, ich kann hier einfach hier hoch. Aua, au, 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 au. Und dann, guck mal, wie easy ich einfach wieder runter kann. Ich werde hier den Toggle von ihm auslösen, Leute. Und dann sage ich, tschö bitte. Und dann, Leute, werde ich einfach hier rüber abhauen, weil ihr nachdem was für ein Auto habt, wird er keine Chance haben, so easy einfach hier hochzukommen. Und ich werde einfach, Leute, guck mal, ich fahre dann hier hin. Ah, verdammt, ich komme jetzt außenrum wieder. Aber ich fahre dann wieder außenrum hier und hau erst mal ab, Leute. Dann kann Max mir nix mehr, Leute. Max, ich bin ein Dark Nemesis. Aber, was mir gerade einfällt, warte mal, warte mal. Oh, mein Gott. Bro. Ey, hier kann ich ihn direkt runterkicken. Das ist eigentlich perfekt, Junge. Ey, das ist wirklich perfekt. Also, ich sage euch ehrlich, warte mal, ich verstecke mich hier hinter so und wenn er kommt, lasse ich mir was, warte mal, warte mal, warte mal. Ich fahre hier rüber. Ja, 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 ich habe einen sehr, sehr guten Plan, Leute. Ich habe einen sehr, sehr guten Plan. Und zwar, ich verstecke mich hier hinter und wenn er kommt, ich schieße ihn, ich werde ihn einfach runterdingst. Guck mal hier, geil, Alter. Sehr, sehr nice. Da ich heute absolut keine Chance habe, werde ich einfach nur aufs Dach gehen mit meinem kleinen Motorrad und hier chillen. Und das war's. Jetzt mache ich sogar noch Rackdorf an. Ich glaube, ohne Rackdorf, ich komme da nicht mal raus hier, oder? Oder doch? Doch. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Leute, außerdem ist das legendäre Back-to-School-Bundle jetzt wieder in meinem Shop erhältlich. Dazu gehört die Trinkflasche, die Brotbox, das Mäppchen und ein Turnbeutel. Das Ganze ist natürlich auch wieder sehr limitiert. Unter anderem gibt es die Original-Cap aus meinen Aufnahmen mit Stick vorne und auf der Rückseite, Leute. Und das Bordeaux-farben-T-Shirt ist auch wieder in my Kramix-Shop, sogar in 3XS, Leute. Checkt das Ganze jetzt aus. iKramix.shop Let's go. Schaut euch mein Auto an, Leute. iKramix wird mich so niemals finden. Auch wenn der Badstück der GTA-Spieler ist, ich bin noch besser jetzt. Wie will er mich finden, Leute? Das geht gar nicht. Es ist viel, wo man auch ablenken kann, Leute. Es sind so viele braune Sachen und so. Ich glaube, das Auto fällt hier nicht so krass auf. Ja, Leute, ich glaube, ich bleibe hier. Ich verstecke mich hier einfach hier neben dem rostigen Auto. Bin vielleicht da rein sogar, wenn es geht. Guck mal. Boah, Leute, hier sogar in den Wusch, Leute. Man sieht mich gar nicht. Ist ja viel zu schwer, oder? Wenn ich so hier bleibe. Wie will der mich so finden? Das geht gar nicht. Das ist zu OP. Ich habe das OP für das Versteck gefunden. Okay, Freunde. Oh, das Ding ist schnell. Alter. Boah, das lässt sich ja richtig kacke fahren. Alter, was ist das? Ey, das ist ja die größte Schrotlaube. Okay, Freunde, wir müssen uns verstecken. Ich weiß noch nicht, wo ich mit dem Teil hin soll. Aber wir werden was finden. So, mal gucken, ob das funktioniert. Ja, bleibt drauf. Ein bisschen zu schnell. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, Leute, wo verstecke ich mich? Das ist gar nicht so einfach jetzt, weil das Auto ist nicht so stark. Oh, Mann, ey. Oh, es geht, aber es ist nicht so, so toll. Es könnte besser sein. Komm schon, bitte, bitte. Das muss klappen, Leute. Das muss klappen da vorne. Und... Oh, 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 oh. Ja, ja, ja. Wir kommen auf die Baseback drauf. Perfekt, Mann. Hier bleibe ich. Aber, Leute, jetzt müssen wir erstmal noch rausfinden, mit welchem Auto wir überhaupt die YouTuber jagen werden, Freunde. Und zwar, wir spawnen jetzt unsere drei Fahrzeuge. Eins. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was ist das, Leute? Beton, Micha. Was soll ich denn damit? Zwei. Ey. Nein, das ist gar nicht gut, Leute. Und Fahrzeug Nummer drei. Ey, Leute, das ist ja voll der Müll. Was hab ich denn jetzt hier gespawnt? Ey, Leute, was nehm ich denn jetzt hier? Ich darf natürlich nach jedem YouTuber, wenn ich den gejagt hab und bekommen hab, oder auch wenn ich ihn verloren hab, nochmal neu spawnen. das ist ja aber kompletter Müll hier. Ich sag euch ehrlich, ich glaube, ich werde einfach hier diesen Rusty Rebel nehmen. Ist auf jeden Fall kein krasses Fahrzeug, aber noch mit das Beste, was ich jetzt hier gerade bekommen hab. Ich werde jetzt hier mal noch eine Minute abwarten, und dann gehen wir auf die Jagd, Leute. Also, zu mir kannst du kommen, ich hab ein OP versteckt. So, ich bin auch schon versteckt. Hä? Beziehungsweise als erstes zu Stani fahren. Toggle GPS. Ich weiß gar nicht mehr, was Stani bekommen hat. Ihr habt ja alle gleichzeitig gespawnt. Ja. Aber, okay, Stani ist sich wohl sehr, sehr sicher. Bro, er chillt doch hier am Flughafen. Also, sorry, aber. Ja, aber, ich weiß, was der Stimme gemacht hat. Ey, was sind das schon wieder für ein Bummi-Versteck hier? Ja, wenn du meinst, Bummi-Versteck, Bro, wenn wir es sehen. Ja, er wird wahrscheinlich hier die Rampe wieder genommen haben. Äh, Bro, er chillt doch bestimmt am gleichen Ort, wo er immer chillt. Stani, es wird doch langsam langweilig. Bro, Dein Verstaum ist er doch. Ähm, okay, okay. Stani, du wirst langsam langweilig. Würdest du dir nicht mal was Neues einfallen lassen? Ja, komm doch erst mal her. Guck mal, du warst jetzt hier gerade so heftige Ansagen und alles drum und dran, aber komm doch erst mal her. Bro, Stani, ich war eine Woche im Urlaub und werde dich trotzdem easy jetzt hier wegholen. Ja, wir sind ein bisschen anders drauf geworden, seit dem Befekt. Ah, okay, okay, Leute. Stani denkt, er kann hier krasse Challenges machen. Ich sag ehrlich, selbst Ende ist krasser wie du geworden. Was? Was hat er jetzt nicht gesagt? Das hat er nicht gesagt. Das ist sehr krass. Guck mal, Max schießt. Bro, er schießt halt oben, alles runter. Bro, dein Auto geht trotzdem irgendwann kaputt. Bro, guck mal, der Mac-Pay hat das eigentlich für den Weg. Bro, ist ja voll chillig hier gegen Stani, ich schau mal. Zack, 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 hier schön schon mal. Ja, der macht das heute die ganze Zeit. Ja, ich schieße von mir aus so weiter. Es wird zwar ein bisschen dauern, aber wir ziehen sein Leben schon mal runter. Jupp, 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 so, ich gucke mal gerade kurz Engine Health. Ja, guck mal, dein Engine Health. Das sieht gar nichts raus, das sieht gar nichts, Jupp, das macht wirklich nicht mal ansatzweiter Schaden. Das macht gar keinen Schaden. Okay, mach ruhig weiter, mach ruhig weiter, ich feier es. Ey, das ist aber auch wirklich eklig. Wenn ich zu nah jetzt dran fahre, dann geht der Toggle weg. Ja, also, Bro, du kriegst halt Schaden, aber okay. Du musst Schaden. Ey, Leute, Stani ist hier wirklich direkt so eklig. Oh mein Gott. Ah, okay, ach, jetzt fährt er, ach, ach, du bekommst keinen Schaden, fährst aber trotzdem weg, das ist ja sehr interessant. Okay, jetzt fährt er, ach, jetzt ist er ja auf der Flucht. Ach, Stani, Stani, Stani. Aber er denkt auch, ich glaube, er denkt auch, ich bin doof. Zack, Platten, zwei Platten. Toggle weg. Ja, oh mein Gott, er hat meinen Toggle, Leute. Oh mein Gott, der Toggle ist weg. Ach, Stani, Stani, Stani. ich muss leider sagen, ich habe mehr erwartet. Aber du fühlst dich auch cool, ich habe hier so ein ultra schlechter. Ich muss leider sagen, ich habe mehr von dir erwartet, Stani. wo ich jetzt überkicke. Oh mein, oh mein Gott. Okay, okay. Ey, wenn das geklafft hätte, Stani wäre GG gewesen. Das wäre, das wäre sehr, sehr krass von Stani gewesen. Aber, es war nicht krass. Es wäre gewesen, Leute, es wäre gewesen. Guck mal, oh mein Gott. Ey, der ist schon ein schlechtes Auto, da kann man nicht gegen Stani sein. Oh mein Gott, Leute, schade, Stani. und Max macht sogar, das macht nicht mal Ente, Bro. Er macht direkt Jungs kaputtschießen. Checkt ihr das? Ja, Ente hat es auch gemacht. Bro, ich schieße direkt Reifen kaputt. Ich bin ein Ehrenloser. aber das ist ja, ganz ehrlich, wenn es um 1000 Euro geht, würdet ihr doch auch die Reifen kaputtschießen. Ja, aber das machen wir gar nicht mehr, weil das peinlich ist, Bro. Ah, okay. Oh, verliert er da etwa? Aber Stani hat es so oder so keine Chance gehabt mit dem Auto. Ja, da hat es eh keine Chance gehabt. Oh, brennst du etwa schon, Stanislaw? Mach du mal erst mal dich direkt schießen. Das würde ich ja mehr feiern. Und so, jetzt haben wir im Headshot gedrückt. Dankeschön für die ersten 1000 Euro, Leute. Und wir dürfen jetzt drei neue Fahrzeuge sporen. Echt, Stani einfach direkt hier den Discord verlassen. Der ist ja richtig gebrochen, Leute. So, Jungs. Ja, mal gucken. Also, ich sag mal so, die Chance, dass mein Auto besser wird, ist sehr, sehr gut. Fahrzeug Nummer 1. Oh Gott. Ja, sehr gut. Fahrzeug Nummer 2. Oh, okay. Ist nicht krass. Fahrzeug Nummer 2. Und Fahrzeug. Nein. Also, ich weiß nicht, was heute für ein Tag ist. Heute hat nur jede Schrottautos. Was habe ich für eine Schrottautos gespawnt hier, Leute? Ich muss dir hier nichts sagen, aber ich habe ein Moppet. Ach, der Russik auf dem Moppet. Warte mal, vielleicht ist das eine gute Idee. Vielleicht ist das eine gute Idee für einen schnellen Fahrzeug Upgrade. Wo chillt ihr denn so? ich habe keine Chance gegen meinen Moppet. Ach, Russik, ich habe dich doch vermisst, mein Freund. Ich habe dich doch vermisst. Guck mal jemanden zu, sieht der mein Kennzeichen. Wie, hat er sein Kennzeichen jetzt gerne? Ja, was ist los? Ich will nicht sagen, ey, du kamst heute wieder auf dem Discord. Wir haben es alle super verstanden. Kaum machen, wir haben da an. Ist ja schon direkt wieder Beef. Gut, Leute, wir fahren jetzt erstmal schnell zu Russik rüber, Leute. Let's go. Ach so, Russik, chillt hier im Parkhaus. Ach ey, Leute, ich muss wirklich sagen, war der S gar nicht im Parkhaus? Ich bin vom Parkhaus gesprungen. er hat einen Jump darüber gemacht. Okay, sehr interessant. Ich muss aber leider sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Freunde, ich war eine Woche im Urlaub, beziehungsweise noch in München bei dem Auto, äh, bei dem Abo-Treffen da, Leute, bei der Autogrammstunde. Und ich dachte jetzt, ich komme zurück. Die Jungs haben hier neue Innovationen, alles neu. Aber die haben hier gar nichts hier verändert. Ich bin richtig enttäuscht von euch, Jungs. Bro, ich habe einen Moped. Ihr seid der richtige Rentner geworden. Er sagt irgendwas hier, ich fahre hier mit so einem Rentner-Moped. Ja, aber Bro. Hast du viel Bergluft geatmet beim Wandern, oder was ist das jetzt heute? Ja, die Bergluft hat mir gut getan. Oh, ich verstehe. Warte mal. Ah, er ist da dahinter. Guck mal, er ist da dahinter. Ah, ich habe Uzi. Ah, okay, okay. Oh, 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 Kaum ist er wieder da, wird er zum kleinen Cheater. Ich bin ein kleiner Cheater, ja. Eigentlich mein Job. Ei, Cheatplex. Oh, ich habe einen Moped, chill. Chill, Bro, ich habe einen Moped, chill, Bro. Ich habe einen Moped, Ich habe einen Moped, chill, Ich habe einen Moped, Bro. Ich habe nur einen Moped, Bro. Ey, nein, ich bin hier verkeilt. Der Rusak schafft es echt weg. Ey, Bro. Was? Wo fliegt der hin? Auf Wiedersehen. Nein, nein, nein. Ich bin hier wirklich getrapped. Nein, Leute, nein, nein, Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute, ich muss mich kurz muten, ich muss mich kurz muten. Keine Ahnung, wo er hin ist. Er ist in diese Richtung hier gefahren, mein Toggle ist weg. Ey, nein, als ob ich jetzt Russik auf dem Moped verliere, ich hätte ihn direkt umfahren sollen. Ey, Ja, ich glaube, ich weiß, also ich gucke gerade wirklich nur Max zu, aber ich habe eine Befürchtung. Ich habe auch eine Vermutung. Darf ich eine Vermutung sagen? Entweder bis zum Klamottenladen oder diesem hier, diesen Vorufer. Okay, Leute, Leute, seid ehrlich, seid ehrlich. Ist Russik noch hier bei mir in der Nähe? Ich weiß nicht, ich habe mich zugeguckt. Keine Ahnung, warte, ich schaue, ich schaue. Ey, das wäre so eklig, das wäre so eklig, das wäre so eklig, Leute. Wie auch ein Blank ist das? Wie ekel auf das Versteck von mir. Ja, ist es. Ich bin nicht. Ich bin nicht extra, damit man mich nicht mal sieht, oder so durchfühlt. ist es vorbei, ist es vorbei. Teleportier dich mal zu denen, oder guck mal, wo der selber ist, du bist nicht mehr. Nein. Aber ist er noch bei mir hier in der Nähe? Äh, wo bist du denn? Ich weiß es nicht. Oder ist er noch hier in der Nähe? Tockel du mal Russak, sag ihm mal, wie viel Meter. Weil er hat eh keine Ahnung. Wenn er weg ist, gebe ich auch. 650 Meter. Wie viel? 250 Meter. Ja, gut. Okay, das ist jetzt nicht wirklich in der Nähe. Aber du kannst nicht mit mir fahren. Du siehst da, wo ich mich verstehe eigentlich. Oh mein Gott, Leute. Okay, ich muss sagen, Russak GGs. Nein. Das war der Slalom Wuppet. Und ich habe keinen Rack-Dollar. Ich hätte ihn anfahren sollen. Ich hätte ihn anfahren sollen. Okay, Russak GGs, du bekommst 1.000 Euro. Nein. Leute, das heißt, unser neuer Kontostand ist 0 Dollar. Und ich würde sagen, wir spawnen uns jetzt drei neue Fahrzeuge. Kannst du auch mal ein Kennzweck begutachten? Ja, okay, ich gucke mir noch kurz dein Kennzeichen an, Noob Max. Hier vorne am Reifen ist... Ja, ist ja auch okay, Russak, Mann. Ja, ey, Mann, wir spawnen jetzt mal schnell unsere drei neuen Fahrzeuge. Nein, was ist das? Ey, Leute, was habe ich für ein Pech heute? Fahrzeug Nummer 2. Gönn euch mal ein gutes Fahrzeug. Nein, das ist das Stadion. Ich glaube nicht. Ey, Leute, was ist heute los? Was ist heute los? Ich bekomme nur schlechte Fahrzeuge. Oh, okay. Aber ich habe auch ein schlechtes Fahrzeug, wenn es dich interessiert. Ja, alles gut. Ich werde mich müden. Ich mache weiter mit dem Nächsten. Okay, Leute, wir gucken mal, wen wir als nächstes jagen. Armin hat doch... Ich glaube, Armin hatte dieses Mini-Auto, ey, auf den habe ich jetzt gar keinen Nerv. Wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen Geld machen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde als nächstes... Ich werde mal auf Alphastein gehen. Ich glaube, Alphastein ist auch ein Noob. Wir gehen auf Alfie, Leute. Zwei Kilometer ist der entfernt. Wir fahren da jetzt mal schnell rüber, Leute. Let's go. Alphastein ist einfach hier in dieser Schrott... hier auf dem Schrottplatz, Leute. Ach, Alfie, Alfie, Alfie. Na? Wie da ich? Na, du kleiner Schrottplatz. Vergesst, dass du die Uzi ausgebildet hast. Alles gut. Mach dir mal keine Sorge. Ja, Bro, du chillst mir zu sehr, Bro. Wir müssen aufpassen, Leute. Schlottstein. Sag dir ehrlich, Bro, du wirst ihn gar nicht finden, Bro. Ah, du weißt aber schon, dass ich dein GPS-Signal getoggelt habe, ne? Ja, das bringt dir leider überhaupt nichts. Hä? Alphastein hat sich seiner Umgebung angepasst. Hä? Wo ist er denn? Ach, Leute, Alphastein hat das Mini-Auto? Nein. Ja. Ah. Oh mein Gott. Ich dachte, der Arme hätte das Mini-Auto. Nein, ich hab voll das Großte. Achso, lol. Oh mein Gott, bist du schlecht, Alphastein. Oh mein Gott. Ey, aber wie kann man überhaupt das Mini-Auto zerstören, Leute? Ich kann ihn ja nicht rausschießen. Alphi. Oh mein Gott. Alphi, er checkt nicht mal, dass er meinen Toggle holen muss. Ey, ist er lost. Ist er lost, Leute. Aber ey, er kann gleich mit dem kleinen Auto zerstören. Oh mein Gott. Haha, du hast eh nicht meinen Toggle. Komm, ich noch mal. Du musst ihn seitlich rammen von der Seite. Bro, irgendwie kriegst du den nicht. Ey. Du bist nicht hoch genug. Jetzt ist gut. Du bist einfach nicht hoch. Ja, er ist, glaube ich, nicht hoch genug. Oh mein Gott. Ey, ich kann dein Auto gar nicht zerstören. Doch, Alter, schick dich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guck mal, jetzt ist er in der Falle. Ist er schlecht, ist er schlecht. Und er brennt. Er brennt, er brennt. Oh mein Gott. Kleine Info für dich, Alfie, du hättest schon die ganze Zeit weg, aber ist okay. Es war so klar. Oh mein Gott. Guck mal, da brennt er. war das bei euch. Hä, aber sein Auto geht irgendwie gefühlt gar nicht kaputt? Ja, gleich. Okay, okay. Du wärst mal besser abgehauen, aber die 1000 Euro, die gehören heute wohl mir. Ah, okay, aber noch lebt er. Noch lebt er. Und 1000 Euro auf mein Konto. Dankeschön, Alfie, für die 1000 Euro. Aber, guck mal, die Feuerwehr kommt schon. Oh mein Gott, da kommt schon die Feuerwehr. Okay, Leute, dann machen wir mal weiter mit dem nächsten YouTuber. Also bis jetzt haben wir, ja, nur einmal 1000 Euro verloren. Leute, machen wir Blackjack. Komm, machen wir mal Blackjack, Leute. Machen wir mal den guten alten Blackjack. Ey, ist sogar nur 500 Meter entfernt, aber ach, warte mal, wir kriegen ja auch noch ein neues Fahrzeug, das habe ich ja ganz vergessen. Und jetzt hoffentlich kriegen wir endlich mal ein gutes Fahrzeug. So, und zwar Random Vehicle Nummer 1. Ey, das ist aber auch nicht gut. Random Vehicle Nummer 2. Das ist zumindest mal ein Real-Life-Auto, Leute, ein Mustang. Und Fahrzeug Nummer 3. Okay, okay, Leute, wir nehmen Fahrzeug Nummer 2. Das ist irgendwie so ein Polizei-Mustang. Ich hoffe, der kann was, Leute. Okay, die Sirene ist an und dann fahren wir rüber. Gott, das ist aber auch nicht gut hier. Das ist aber auch nicht gut, das Auto. Dann fahren wir rüber zum guten alten Blackjack, der chillt hier nämlich direkt mal in der, nicht, Grove Street, hier in dieser, äh, anderen Gangstraße, diese Familiesstraße. Hä, ist er auf dem Dach da oben? Chillt der da oben auf dem Dach drauf, oder was? Äh, Blackjack, wir haben hier eine kleine Hausdurchsuchung. Ja, dann durchsuchen wir. Äh, hä? Bist du auf dem Dach drauf? Ja, bin ich. Gebe ich dir offen und ehrlich zu. Alter, du hast aber ein Auto, oder? Oder hast du einen Motorrad? Ich hab ein Auto. Hä, wie ist er denn da hochgekommen? Aber diesmal ohne F2, Blackjack. Ja, ohne F2. Vielleicht mit der Skaterding, so seitlich. Oh mein Gott. Also ich kann dir sagen, über die Rampe bin ich nicht gefahren. Bro, er ist locker hier über diesen Hügel. Ja, und da haben wir es doch schon. Da haben wir doch. Ah, okay, okay. Ich hab ihn schon gesehen. Wir haben ihn schon gesehen, Leute. Jetzt müssen wir natürlich nur noch richtig jumpen. Also ich muss sagen, Blackjack, ich bin echt positiv überrascht von deinem Versteck heute. Das ist echt ein guter Jump hier, den du da, oh Gott, das ist gar nicht mal so einfach, da hochzukommen. Aus dem richtigen Winkel. Man muss den richtigen Winkel treffen. Sei mal ehrlich, wie viel Versuch hast du gebraucht, Black hier? Fünf, sechs. Okay, okay, ja. Guck mal, Marc, solange wie du noch brauchst, springe ich hier mal ein bisschen von Hausdach zu Hausdach. Blackjack, fühl dich bitte nicht. Leute, ich versuche hier diesen Jump schon so lange, aber ich will nicht aufgeben. Also ich sag mal so, Blackjack, du kannst natürlich auch versuchen, hier den Toggle zu holen, ne? Ja, weiß ich. Weil, solange ich den Toggle habe, solange ich den Toggle habe, werde ich nicht aufgeben. Ich werde zweit. Oh, er steckt fest. Okay. Gut. Ja, Blackjack, du kleiner, ekliger. Ah! Ich nutze einfach mal direkt meine Chance. Den Toggle habe ich safe. Nein, 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 schnell hinterher, schnell hinterher, schnell hinterher. Aber, Leute, er hat nicht meinen Toggle, er hat nicht meinen Toggle. Er denkt, er hat meinen Toggle, er denkt, er hat meinen Toggle, Leute. Das ist sehr, sehr gut. Er haut ab, er haut ab, er haut ab. Mal gucken, wann er realisiert, dass ich noch seinen Toggle habe. Oh Gott, und auf die Reifen, und schön auf die Reifen schießen. Zack, zack, zack. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich glaube, also wenn er jetzt nicht gecheckt hat, weil ich noch seinen Toggle habe, ich bin ja sogar von ihm abgehauen. Und, nice, 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 er crashed, er crashed, er crashed, er crashed, er crashed. So, zack, zack, zack. Ich gehe erstmal auf Nummer sicher, schieße ihn Platten und, Bro, hä, der Gottmode an? Er hat doch safe. Boom! Oh mein Gott! So, Blackjack, by the way, hast du den Toggle noch gehabt? Ja, ich hatte noch den Toggle. Was? Ja, der war nicht weg. Du hast mich nicht mal berührt gehabt. Ich habe gar nicht verstanden, warum du sicher warst, dass der Toggle noch da ist. Ja, weil ich selber, weil ich dich selber getoggled gehabt habe und der Toggle bei mir weggegangen ist. Bei mir war er auf jeden Fall noch da und das sind die nächsten 1000 Euro. So, Leute, wir machen hier mal schön weiter. Wer fehlt denn noch? Ente und Amir fehlen wir noch. Wir dürfen jetzt aber uns erstmal schön drei neue Fahrzeuge spawnen und ich hoffe, wir bekommen jetzt wirklich mal ein gutes Fahrzeug hier, Leute. Und zwar, Fahrzeug... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist der OP? Ich weiß es nicht. Nee, er ist leider nicht OP. Fahrzeug Nummer zwei und Fahrzeug... Nein, Jungs, Jungs, ich weiß, ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß nicht, ob das ein OP-Fahrzeug hier ist. Der war aber irgendwie gerade gar nicht so schnell gewesen. Sieht aber irgendwie krass aus, der BMW hier. Ich muss das mal ganz kurz hier testen. Ja, komm, wisst ihr was? Ich nehme den einfach. Ich nehme den einfach. Wir nehmen hier so ein BMW i8. Ist aber, glaube ich, irgendwie kein OP-Fahrzeug. Also heute leider echt kein Glück. Ich glaube, ich werde jetzt als nächstes Mal auf Amir gehen. Okay, Amir togelt GPS 1,4 Kilometer entfernt. Wir fahren da jetzt mal hin und ich hoffe, Leute, das werden jetzt die nächsten 1000 Euro sein. Oh, Amir, Amir, Amir. Wo chillst du denn da? Schon wieder die Dachtaktik hier mit Parkhaus. Ich bin ein Dachdecker, Dachdecker mit einem Crimex zusammen. Ah, gut, 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 Leute. Amir denkt hier, er hat eine gute Taktik auf dem Dach. Schauen wir mal, ob die Taktik wirklich so gut ist. Also bis jetzt hat es echt nur Russik geschafft, um hier zu entkommen. Und bei Russik muss ich ehrlich sagen, absolut krasse Taktik gewesen, weil sein Fahrzeug war Müll, er hat es trotzdem geschafft. Jetzt ist die Frage, was macht Amir? Ach, Amir, du kleiner Ekliger, das ist sogar eine Taktik von mir, ey. Das ist sogar meine Taktik, wenn ich das raus schon mal gemacht habe. Du musst da runter. Komm runter, mein Brie. du kleiner Ekliger. Komm runter, Max, lass uns Spaß haben. Du kleiner Ekliger, er will das hier runterfahren, will mir den Toggle wegnehmen und dann abhauen mit dem Riesenfahrzeug. Also auch, muss ich hier sagen, eine gute Taktik. Die Frage ist, kann ich das irgendwie umgehen? Ganz einfach, du musst einfach weiter wegspringen, dass er dich nicht wehkommt. Ja, ja, er wird aber so oder so zu mir hinfahren. Ja, das stimmt. Das ist der, ah, warte mal, ich habe eine, ich habe eine Idee. Oh mein Gott, ich habe eine Idee, ich weiß, wie ich es mache. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Er will aufs Dach gegenüber. Nein, oh mein Gott. Nein, nein, Okay, nee. Mepp, 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 Ich muss nochmal probieren, oh mein Gott, nein. Habe ich von dir nicht erwartet. Du wirst doch was haben. Okay, okay, ja gut. Ich sage mal so, aber wie bei Blackjack auch, ich kann ja unendlich oft probieren. Ich habe ja kein Zeitlimit, du musst meinen Toggle wegnehmen. das ist gut. Ey, Bro, das gibt es doch nicht. Oh mein Gott, wie schlecht, er dachte, ich habe es geschafft. Amir, du Noob, Junge. Er dachte, ich habe den Job aufs Dach geschafft. Ach, Amir, Amir, Amir. Das ist so eklig. Oh mein Gott, Amir, Amir, das ist ja interessant. Damit hast du, glaube ich, ich nicht gerechnet. Damit hast du, glaube ich, nicht gerechnet. Okay, er hat meinen Toggle. Weißt du was, Amir, ich sage, ich gebe sogar zu, dass du meinen Toggle hast. Ich weiß. Oh mein Gott, Leute. Sei ehrlich, du dachtest, ich bin auf dem Dach gelandet. Du dachtest, ich bin auf dem Dach gelandet. Ach ey, du verlierst ja jetzt schon Öl. Ey, das tut mir ja schon fast leid, was ich jetzt hier schon wieder mitgekommen habe. mach dir mein Auto bitte an. Ja, es war eine gute Taktik, aber, ja, ich habe dich geprankt. Ohne, aber er hat gepanzert. Lol, deine Scheiben sind gepanzert. Ach so, ja gut, dann fahre ich ein bisschen weiter. Okay, na gut, schade nur, dass dein Fahrzeug schon Öl verliert. Kann ich mein Auto einmal reparieren, wenn du ein Mann bist? Nö. Wenn du ein Mann bist. Was für, wenn du ein Mann bist, der ja. Hier, zack, es geht um 1000 Euro. Mit so einen komischen Taktiken hier, kannst du mich nicht überreden. Oh mein Gott, du hast auch Autobahn geschafft. Oh mein Gott, ich hatte gerade selbst kurz Angst. Ich hatte gerade kurz Angst. ist vorbei, ist vorbei. Ach, jetzt hängst du auch noch fest, Amir. Ach, das ist ja jetzt eine sehr, sehr traurige Sache. Es ist nach oben, wie schon, du bist weg wahrscheinlich. Ja, er wäre weg gewesen. Er wäre weg. Ich hätte mich sogar gefreut, aber, also ich muss sagen, bis jetzt, oh, er haut ab, er versucht abzuhauen. Er versucht hier abzuhauen von mir. Leute, checkt ihr das? Er versucht hier. Hi, Wax. Hallo, Wax. Amir? Amir, komm aus deinem Versteck raus. Nö, nö, ich bleib mal hier. Hallo, wie geht's dir mein Bro? Ja, Amir, ey, so funktioniert Hunter nicht, man muss im Auto bleiben. Mach mein Auto noch kaputt. du kannst doch einfach mit dem Auto, glaube ich, die Rampe, oh. Was macht der? Nein, nein, er hat Maschinenpistole, er hat Maschinenpistole. So, Amir, aussteigen ist auch nicht erlaubt, dann darfst du auch andere Waffen nehmen. So, okay Leute, aber trotzdem, ich muss sagen, die Taktik war gut. Ja, naja, okay Leute, Amir haben wir nicht. Schwierig, und das sind die nächsten 1000 Euro, und das heißt, es fehlt nur noch Ente. Ich muss sagen, vor Ente habe ich ein bisschen Angst, weil Ente ist wirklich ein Profi irgendwie geworden. So, und jetzt spawnen wir unsere nächsten drei Fahrzeuge und bitte kriegen wir jetzt endlich mal ein gutes Fahrzeug, und zwar Fahrzeug Nummer 1. Es lädt, es lädt, es lädt, hallo, hallo, Fahrzeug Nummer 1, oh, ist das was Gutes? Ich weiß es nicht. Fahrzeug Nummer 2, ein verbuggter Audi, weiß ich auch nicht, und Fahrzeug Nummer, oh mein Gott, oh mein Gott, was, Leute, was sind das heute hier für Autos? Das ist wirklich eine Müllfolge heute. Ah, Jungs, ist dieser Ding hier gut, dieser Ford GT? Ich glaube, der ist ganz vernünftig. Ich nehme den Ford GT. So, Ente, 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 wo versteckt sich denn überhaupt die kleine Ente? Toggle GPS, oh mein Gott, okay, okay, okay. Gut, Leute, wir fahren jetzt mal schnell zu Ente rüber, let's go. Ey, Ente, du kleiner Ekliger, du chillst auf der Maze Bank, ist das dein Ernst? Ja, Rustic ist auch bei mir, der tat sogar, der mag die Schuhe, das hat. Ist das dein Ernst, Ente? Guck mal hier, first try, first try. Oh, Ab ist auch da. Glaubst du, das ist für mich eine Challenge hier? Ja, glaube ich schon. Komm doch, Max. Ah, dachtest du fährst mich an hier? Ja. Dachtest du, du kannst dich anfahren? Ja. Hallo, Max, hallo. Ich kann gerade nicht, Amir, ich kann gerade hier leider. Ich darf mich hier nicht ablenken lassen. Ich kann mich konzentrieren, Max. Ja, bei Ente. Oh mein Gott, der hat ihn. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ente weg, Ente weg, Ente weg. Raus, 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 raus. Er hat den Toggle noch. Ich habe den Toggle noch. Er hat den Toggle noch. Warum ist das nicht noch geraten? Jawohl, der ist aber bei mir noch da. Ich weiß nicht warum. Er ist noch da. Oh mein Gott. Leute, ich kämpfe wirklich mit allen Mitteln. Ich kämpfe mit allen Mitteln, aber ich will hier keinen 1000 Euro verlieren. Okay, wo fährt er hin? Wir haben noch seinen Toggle. Wir haben noch seinen Toggle. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Habe ich denn schon Reifen von dir getroffen, kleine Ente? du hast schon Reifen von dir getroffen. Oha. Oha Leute, also was Reifen angeht, habe ich ein ganz gutes Aim. Okay, jetzt müssen wir hinterher. Oh nein, 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 Er versucht hier wirklich mit allen Mitteln. Du weißt schon, dass ich noch deinen Toggle habe, Bro. Ich weiß, dass du meinen Toggle hast, aber das ist dein Tode. Okay, okay. Ey Leute, also ich glaube fast, die Ente könnten wir hier auch. Oh Gott, oh Gott, er dreht um, er dreht um, er dreht um, er dreht. nein, 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 sehr wichtig Leute. Sehr, sehr wichtige Hits hier an dieser Stelle. Wir haben einfach immer noch seinen Toggle. Wir haben immer noch seinen Toggle. Zack, alle Reifen sind. Oh, oh, oh. Oh nein. Leute, okay, er hat meinen Toggle, er hat meinen Toggle, wir müssen aufpassen, aber, er hat vier Blatten, er hat vier Blatten, Leute, das wird nichts mehr, das wird nichts mehr. Ente. Ja, Max, Alter. Ente. Ach, guck mal wie er abhauen will, aber so nicht. Das wird nicht mehr geredet, Zack, und End haben wir auch erledigt, Junge. Oh mein Gott, damit haben wir alle YouTuber, bis auf Rustig. Aber das heißt, Leute, wir sind insgesamt 5.000 Euro in Plus. Rustig hat das wirklich richtig stark gemacht, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da, checkt die Jungs in der Videobeschreibung aus. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute, euer Crymax.